Willkommen! Ich freue mich, dass du dieses Video bis zum Ende anschaust, denn heute teile ich eine wichtige Botschaft mit dir. Es gibt sechs Geschenke, die du besser nicht annehmen solltest, da sie möglicherweise negative Auswirkungen auf dein Leben haben können. Diese Geschenke sind oft mit verschiedenen Traditionen und Aberglauben aus verschiedenen Kulturen verbunden, die auf Unglück oder Trennung hinweisen. Egal, ob es sich um Geschenke für Brautpaare, Geburtstage oder andere Anlässe handelt, es ist ratsam, vorsichtig zu sein und nicht das Risiko einzugehen, unglückliche Ereignisse anzuziehen. Aber bevor wir in die Details gehen, möchte ich dich daran erinnern, unseren Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigungsglocke einzuschalten, wenn du neu hier bist. So verpasst du keine unserer zukünftigen Videos. Jetzt lassen uns über die Dinge sprechen, die du vermeiden solltest. Nummer 1, scharfe Gegenstände, es wird allgemein empfohlen, keine scharfen Gegenstände wie Messer oder Scheren zu verschenken, da sie in vielen Kulturen als Symbol für Unglück und negative Energie gelten. Nummer 2, Geschenke, die dir zuvor gegeben wurden, das erneute Verschenken eines Geschenks, das du bereits erhalten hast, ist oft keine gute Idee, insbesondere wenn es um einen neuen Partner geht. In einigen Überlieferungen kann dies die Verbindung zwischen dem Schenkenden und dem Beschenkten negativ beeinflussen. Nummer 3, Taschentücher, Schars und Taschentücher gelten in einigen Kulturen als schlechtes Rumen, da sie angeblich Unglück anziehen können. Das Verschenken eines Schars an deinen Partner könnte beispielsweise zu Problemen in eurer Beziehung führen. Nummer 4, Ornamente mit Tierskeletten, es ist ratsam, Ornamente zu vermeiden, die Tierskelette darstellen, da sie in verschiedenen Kulturen negative Schwingungen und Energiestagnation symbolisieren. Nummer 5, Uhren, obwohl Uhren oft als normale Geschenke angesehen werden, vermeiden einige Kulturen das Verschenken von Banduhren oder Armbanduhren, da sie den Lauf der Zeit symbolisieren und auf eine begrenzte Lebensdauer für die Beziehung hinweisen könnten. Nummer 6, Glocken, Glocken, sei es stimmliche oder in Form von Klappern, können Freude bereiten, aber in einigen Kulturen sind sie mit Unglück verbunden. Nach keltischer Tradition erschrecken Glocken böse Geister und können Unglück bringen. Wenn du negative Energien aus deinem Zuhause vertreiben möchtest, kannst du stattdessen Räucherstäbchen anzünden und den Rauch im ganzen Haus verteilen lassen. Es ist nicht unbedingt erforderlich, während dieses Reinigungsprozesses zu bieten, aber wenn du dazu neigst, dann achte darauf, dass deine Gebiete positiv und dankbar sind, anstatt etwas zu fordern. Das Erhalten von Geschenken ist immer aufregend, da es die Zuneigung und die guten Absichten des Schenkenden zeigt. Wie wir jedoch in diesem Video gesehen haben, können Geschenke manchmal unerwünschte Nachrichten oder negative Energien mit sich bringen. Bevor wir fortfahren, teile deine Gedanken dazu gerne im Kommentarbereich dieses Videos. Glaubst du, dass bestimmte Objekte Armut und Pech anziehen können? Vielen Dank für deine Unterstützung unseres Kanals. Bitte hilf uns, diese wichtige Botschaft zu verbreiten, damit sie diejenigen erreicht, die sie benötigen. Bleib gesund! Wenn du dich im Überfluss fühlst, teile dies gerne mit einem Amen. Vergiss nicht, das Video zu liken und dich zu bedanken. Musik, schau dir jetzt diese wichtige Nachricht an. Musik, schau dir jetzt jeden früh bis heute lose! Musik, schau dir jetzt unsere Boss!